Dann starten wir doch gleich mal. Ich darf alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz heute begrüßen, nach der Partie Buchlöge gegen Schombau, mit ganz herzlich auch den Gästetrainer Rainer Höfler, herzlich willkommen heißen und natürlich auch Christopher Leitner auf guter Seite. Höfler, 5 zu 1, der Endstand heute Abend. Aus eurer Sicht kein gelogenes Wiedersehen in der Bayern Liga mit uns. Vielleicht einmal ein paar Worte zu den 60 Minuten, die wir gerade eben gesehen haben, bis zu der Niederlage für Ihre Mannschaft. Ja, gratuliere ich einmal. Ja, mein erster Drittel Buchlöge klappt besser. Eigentlich wenig aus Ihrer Chancen gemacht. Ich denke dann, so ab Mitte des Spiels waren wir gleichwertig. Aber der große Unterschied ist auch der, dass wir hinten Fehlern machen, wie in einer Kleinschüler Mannschaft. Und vor allem keine Rode schießen. Und bei Pule, die machen keine solchen Fehlern und haben ihre Chancen von heute auch neu. Ich denke, die drei Punkte gehen vollkommen in Ordnung. Oder siehst du das anders? Ja. Also danke für die Glückwünsche. Wir sind gut gestartet. Erstes Drittel war schon top. Da hätte man vielleicht, wie der Kollege sagt, schon ein bisschen mehr draus machen können. Und im Laufe des Spiels, im zweiten Drittel, ist es immer ruppiger geworden. Und mehr Strafzeiten hat uns dann ein bisschen, ja, nicht aus der Bank geworfen. Aber deshalb hat der Spielfluss verloren gegangen. Und ja, wir haben uns super dagegen gehalten. Wirklich top Teamleistern heute. Von ersten bis zum letzten Mann. Super kompakt verteidigt. Alle Zamen gearbeitet. Die hat eben geholfen. Und so konnte man da super dagegen halten. Und haben dann auch zum richtigen Moment mal die Tori geschossen. Und ja, ich denke, der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Und war hart erarbeitet. Also das war wirklich sehr hartes Spiel. Sehr intensiv. Und wir haben super dagegen gehalten. Und ich denke, das wird dann, wenn wir auch was hier haben. Frage an beide. Ich denke, Sie haben schon einiges im Eishockey mitgehalten. Cleary, du hast ja auch als Spieler das kompletter Block mal in einem Unterbuch auf die Strafbank wandert. So was schon mal miterlebt. Das war etwas kurios. 20 Strafminuten in einem Unterbuch, ohne dass eine Disziplinarstrafe dabei ist, das sieht man nicht oft. Aber war gerechtfertigt? Ja, wenn er die gibt. Da muss man ja froh sein. Bei manchen geben wir gleich drei, vier Spieler. Aber wir haben nichts. Also von dir her, das war okay. Aber dass man jetzt zehn Spieler hinaus müssen, das war schon viel. Abstehen wir auf der Strafbank nicht mehr ganz. Ja, das ist nicht Corona-geregnat. Ja, ich denke, das war, ja, Schiedsrichter okay gemacht. Bei der Strafzeit. Wir schauen aber dann, bis es nachgeht. Ist auch okay. Ja, das war dann alles. Ein bisschen eins gegen eins gerangelt. Das war alles im Rahmen, denke ich. Und dann geht noch nicht gleich die großen Strafen raushaut. Und dann haben wir halt mal ein paar Wettlinge auf der Spielerabendflüge. Bei euch, Matthias Müller, unter der Woche eine schwere Verletzung erlitten. Gibt es da irgendwelche Meldungen bezüglich seines Gesundheitszustandes? Ein wichtiger Spieler für euch. Das ist natürlich bitter. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schmerzweinbar. Aber nach dem Training, also zum Ende des Trainings, ja, ganz begangen. Schau bei dir dran. Das ist nicht, ob er es schafft. Okay. Das wünscht man natürlich, weiß die Lieber. Das wünsche ich auch von unserer Seite. Das ist natürlich sehr bitter, wenn wir in der frühen Basis ohne Fremdeinwirkung oder zumindest ohne gegnerische Einwirkung im Training, sowas passiert. Das wünscht man keiner. Das war ganz so logisch oft. Ja, das kann er bestimmt drauf erziehen. Aber wie gesagt, gute Besserungswünsche an ihn und wir hoffen, dass er bald wieder auf die Beine kommt. Christopher, Sonntag, Derby in Kempten. Das waren jetzt in der letzten Spielzeit, in den letzten zwei Spielzeiten immer rassige Spiele. Die Zuschauer sind in diesem Jahr leider nicht ganz so viele dabei, wie es sonst immer waren. Trotzdem denke ich, wird ein packendes Duell wie immer, oder? Ja, sicher. Wir werden da alles reinhauen. Die Kempten-Mannschaft von diesem Jahr hat ja nicht mehr viel mit der vom letzten Jahr zu tun. Ja, dass die natürlich viel in die individuelle Klasse aufs Eis bringen, ist klar. Wir sind im letzten Jahr vielleicht noch nicht so eingespielt. Aber wir sind doch auch schon ein paar Wochen vergangen. Und wir werden halt als Team und Einheit wieder Freude gegenhalten. Und ja, dann schauen wir, was geht. Aber wir fahren nicht hin, um die Punkte einfach da zu lassen. Genau. Ich wünsche dir und der Mannschaft viel Erfolg. Appellieren wir heute nochmal zum dritten Heimsieg im dritten Heimspiel. Ich bedanke mich bei allen fürs Kommen. Dann wünsche ich den Gästen eine gute Heimreise und alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Wir sehen uns im Rückspiel ja, denke ich, hoffentlich nochmal. Und ja, das soll es heute Abend gewesen sein. Wie gesagt, das habe ich auch vorhin schon erwähnt. Sonntag, das Spiel kann auch wieder über StrayTV mitverfolgt werden. Das nächste Heimspiel dann Sonntag in einer Woche gegen Schweinfurt. In diesem Sinne einen schönen Abend zusammen und bis bald. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.